Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute bin ich hier in der Oberstation Ossentor in Dortmund und hier gibt es einen Otis-Aufzug. Die Tür öffnet sich. Hier rein. 2008, ein Otis-Aufzug wurde. Ich meine, es ist neu gebaut. Der Otis sieht sehr neu aus. Sieht modern aus. Gebrauchspuren und so weiter. Stadtbahn Richtung Martin und Beckele. Okay. Ich komme hier unten. Ich komme hier unten mit dem Auto. Stadtbahn Richtung Martin und Beckele. Ich bin wieder von neu an. Stadtbahn Richtung Marten und Wickede. Eine neue Markierung. Indent Standen Man hat den Schuller vergessen. Das ist die Maschine im Schuller. Diese Quadseile und so weiter, auch so Quadriere bohr nach oben. Hä? Das hat auch wo auch die Gabe. Ah, das war ja ich. Das war ja ich. Ich hab ja auch die Mischung. Guck jetzt, wie die Mischung ist.